WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Als nächstes möchte ich danke sagen, der DSG-Vorstand Jörg Schwabenscheidt, er übergibt an Sven Felski einen Helm. Die Helme des heutigen Spiels werden nach guter alter Sitte versteigert und Sven gewohnt natürlich sein Helm von der DSG geschenkt. Herzlichen Dank. Auch die GEL möchte ich auch sagen, dass Sven Felski, die GEL-Geschäftsführer, gerne dritte, übergibt das Dankeschön und wünschen alle GEL-P-Agnats. Als vierten, begrüßt mal ganz herzlich, Herr Wolfgang Kummer von Schanner, er übergibt das Sven Felski einen goldenen Helm. Die Firma Schanner belastet sich für Sven Felski für eine jahrelange Tröger-Singer. Herzlichen Dank.